Der Cottbusser Rettungsdienst hatte auch im letzten Jahr alle Hände voll zu tun. Knapp 18.000 Mal sind Notärzte und Mitarbeiter des Rettungsdienstes ausgerückt. Das sind rund 900 Einsätze mehr als noch im Jahr zuvor. Ingolf Zellmann aus der Leitstelle Lausitz gab die Zahlen gestern im Rathaus bekannt. Sie sind deswegen interessant, weil der Rettungsdienst seit dem 1. Januar 2012 voll in der Hand der Stadt ist. Wir konnten alle gesteckten Ziele erreichen, wie sagt, den rechtssicheren Betrieb, das war uns sehr wichtig, und den wirtschaftlichen Betrieb. Wir konnten Investitionen tätigen und wir konnten alle Einsätze in sehr hoher Qualität bedienen und auch in puncto Personal. Wir haben das Personal übernehmen können von den Hilfsorganisationen, die sind in den Betrieb der Berufsfeuerwehr in Cottbuss überführt worden, sodass wir den Rettungsdienst aus einer Hand bedienen können. 41 Mitarbeiter sind im Rettungsdienst der Feuerwehr beschäftigt. Hinzu kommen 20 Notärzte aus dem Kaltim-Klinikum. Häufigste Notrufursache waren übrigens Herz- und Kreislaufbeschwerden. Sie sind Grund für jeden fünften Einsatz.